Guten Tag! Einen Tisch für zwei Personen, bitte! Guten Tag! Folgen Sie mir, bitte! Hier haben wir einen Tisch am Fenster. Speisekarte? Ja, bitte, was empfehlen Sie? Nee, Wiener Schnitzel oder Bratwurst mit Sauerkraut. Beides sehr lecker. Ich nehme das Wiener Schnitzel. Vorspeise oder Salat dazu? Nein, danke! Etwas zu trinken? Ein Glas Mineralwasser, bitte! Guten Tag! Ich möchte die Bratwurst mit Sauerkraut. Dazu etwas zu trinken? Ein Bier, bitte! Verstanden! Gleich bringe ich Ihre Bestellungen. Hier ist Ihr Wiener Schnitzel und das Glas Mineralwasser. Und hier ist Ihre Bratwurst mit Sauerkraut und das Bier. Guten Appetit! Vielen Dank! Danke schön! Das Schnitzel schmeckt wirklich gut. Und Ihnen die Bratwurst? Die Bratwurst ist ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden. Das freut mich zu hören. Kennen Sie deutsche Küche? Nein, das ist mein erster Besuch in einem deutschen Restaurant. Aber ich komme gerne wieder. Das ist schön! Deutsche Küche hat viele leckere Gerichte. Ich werde es mir merken. Danke für den Tipp! Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, es war wirklich hervorragend! Danke für die Empfehlung! Ich bin auch sehr zufrieden! Danke für das leckere Essen und den freundlichen Service! Gern geschehen! Wenn Sie noch etwas brauchen, lassen Sie es mich wissen! Wir sind zufrieden! Die Rechnung, bitte! Natürlich! Hier ist die Rechnung!